In unserem heutigen Video erklären wir, wie Sie Zitronen einfrieren und so länger haltbar machen können. Wichtig ist zu beachten, dass Sie vor allem Zitronen nutzen, dessen Schale nicht gespritzt oder künstlich behandelt wurde. Eingefroren sind diese dann bis zu drei Monaten haltbar. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob die Schale Ihrer Zitrone behandelt wurde, waschen Sie diese einfach kurz unter kaltem Wasser ab. Ganze Zitronen können einfach ohne Verpackung in den Gefrierschrank gelegt werden. Wer schon in Scheiben geschnittene Zitronen einfrieren möchte, sollte diese zunächst vorfrieren, um ein späteres Zusammenkleben zu verhindern. Während die ganze Zitrone, wie schon gesagt, keinerlei Verpackung braucht, sollten Sie die schon geschnittene Zitrone nach dem Vorfrieren in geeignete Verpackung wie Gefrierdosen oder Gefrierbeutel, die luftdicht verschließbar sind, verpacken. Mit einem Etikett oder einem wasserfesten Stift sollten Sie auf jeden Fall den Inhalt des Behältnisses sowie das Datum des Einfrierens markieren, um die Haltbarkeit zu gewährleisten. Bei der schon geschnittenen Zitrone müssen Sie bei dem Auftauen nichts Besonderes beachten. Die ganze Zitrone jedoch sollten Sie für etwa 10 Minuten in kaltes Wasser legen, damit sie leicht angetaut ist und sie leichter in Scheiben geschnitten werden kann oder anderweitig verarbeitet werden. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Weitere Videos und Informationen finden Sie auf der Website. Den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung.